willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft wir sind in der folge 735 wir sind dabei ein bisschen oder hat war wir sind nicht dabei wir waren dabei wir haben ein bisschen ausgegraben und ja jetzt sind wir dabei eigentlich hier die ersten sachen wieder aufzufüllen die ersten sachen auffüllen genau machen hier das gerade einmal da gehen wir einmal rund und werden hier einmal alle blöcke überall hinsetzen hier können wir noch mal eine fackel setzen genau das ist richtig dann müssen wir weniger ausleihen weniger ausleihen sei schon da haben wir weniger probleme mit monstern wunderbar so und dann geht das hier auch weiter jawohl genau da kein da keine fackeln da wollte ich blöcke hinsetzen da wollte ich blöcke hinsetzen so als nächstes brauchen wir holz holz haben wir nötig bräuchte ich brauche kein enderman ich brauche holz und zwar was war das für holz f3 ich glaube das war es brüß dark oak slab ok dschungel 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 dark oak habe ich dark oak irgendwas noch da dark oak ist nicht mehr so viel da da müssen wir da kommen also wir brauchen sowieso zwei weil wir müssen ja hier die noch durchsetzen ne eine werkbank wäre nicht schlecht aber die haben wir nicht doof dann laufen wir mal kurz hier rüber und fliegen einmal hin dann können wir hier mal ein bisschen zusätzliche sachen den stein nicht diese sachen weg tun genau den stein auch nicht und dann können wir hier einmal äh slabs machen wunderbar so warte wo läuft der hin wir fangen nämlich jetzt gerade an und verkleiden erstmal die ersten sachen so und zwar brauchen wir hier mit drei stück genau wir machen das auch gerade so dass wir hier die gerade komplett hinsetzen so dann haben wir nämlich das dark das genau die ist die holzsorten direkt schon fertig dann hätten wir die direkt schon fertig und müssen die nicht noch mal setzen nicht noch mal nachher abbauen nachher wird es immer schwierig 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 wir gehen wobei es ja auch eigentlich niemand interessiert gibst du das ist total uninteressant wann ich aufnehme hauptsache die Folgen kommen nee 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 hauptsache die Folgen kommen und selbst das schaffe ich nicht jeden Tag aber fast aber fast aber trotzdem müssen wir sparen am sparen am Holz so da ist die erste Seite schon mal fertig da geht es auf zur nächsten da geht es auch zunächst hier können wir auch sparen da können wir auch noch einen abbauen da können wir auch noch einen abbauen und so und dann die 40 dahin super guck mal hier auch und auch noch so das war's mehr sparen wir nicht mehr sparen wir nicht das reicht nämlich so und dann hier und dann da und dann und dann da wenn das halt auch nicht so schlimm müssen wir uns genau da hinsetzen okay wir brauchen auf jeden Fall mehr Slips die wir setzen müssen ich habe zu viele gemacht ich habe zu viele gemacht da war ich mal unten am Grab vor Ewigkeiten aber auch vor Ewigkeiten war das auch mal so ähm Slips genau ähm Slips genau super 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 Super, super, super. Und das können wir dann hier so machen. Hier das ohne den Sprint-Effekt, also ohne den... Nee. Ohne den... Nee. Den Effekt ohne den, also hier, Speed ist das irgendwie so, mittlerweile so ungewohnt zu laufen. Das ist echt mega verrückt. Also wenn man den Effekt irgendwie nicht mehr hat. So, jetzt kann ich auch eigentlich das Holz an sich weg tun. Da sehen wir nämlich jetzt, dass wir auf jeden Fall genug gemalt haben. Wir sind sogar die Verschlechtung gelaufen. Hips. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. So, das bedeutet auch, dass wir das ganze Holz eigentlich auch hier reintun können. Die Dark Oak Locks, die schmeiß ich mal hier irgendwo hin. Die brauchen wir ja nicht nochmal durchzuzählen. Nur die da. Nur die da. Habe ich noch irgendwo Platz? Nö. Nö, 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 nö. Jetzt gucken wir nochmal gerade, was hier so abgeht, ne. Der ist immer noch am... Ach, guck mal, da ist jetzt der letzte... Der letzte von denen erstmal. Drei, vier, da können wir nochmal acht Stacks, die schmeiße ich jetzt direkt so hier rein. So. Ja, das ist ja auch schon kurz gut was da. Ja. Das ist ja auch schon kurz gut was da. Und dann würde ich sagen, haben wir das doch schon mal ganz gut gemeistert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst uns positive Bewertungen da oder ein Abo. Und bis denn, ciao Leute. Das ist ja auch schon gut.